recht herzlich willkommen zur 16 folge von simotrans mit dem pack 128 germ wir wollen den zweiten multifunktionszug hier umändern den haben wir schon ins depot geschickt damit er mich eigentlich erinnert okay der fährt weg so was hat er gemacht stahl schüttgut und silo war die silo war die ist natürlich jetzt das entscheidende die kam von ihr ganz hinten die müssen wir also noch irgendwie wieder hinkriegen das ist das granulat glaube ja das haben wir von wo nach wo gefahren zur maschinenfabrik das bedeutet da müssen wir einen zug haben der das granulat hin und her fährt nach so da sehe ich hier nicht das sehe ich da und 387 ist jetzt nicht so viel das stahl ist eher das was da fehlt aber der zug den haben wir ja eben erst in der letzten folge gemacht der fährt er durch die gegend dann das mal gerade einmal hier wirtschaftsgruppen sieht super aus läuft der warte da auf beladung und der stahlzug wo ist der jetzt hier sein müssen oder dann ist er erst zum anderen ende gefahren hier hin da ist er das war nicht viel stahl da ich will hoffen dass der rest auf dem bahnhof liegt sieht so aus wird er voll geladen ich gehe von aus so was macht das hier produziert eigentlich gut vor sich hin kohle fehlt da eher schrott kommt kohle ist eisenerz ist auch da der steht gegen kohlemangel da die kohle kommt von hier aber hardecksen kohle hardecksen 132 tonnen tja ist da noch ein zog mehr in gute frage liefert jetzt den stahl erstmal ab wir müssen uns um die dingens kümmern aber da warte ich jetzt bis er hier durch ist dann kann ich die lok nämlich dafür nehmen damit das klappt könnten wir gerade einen blick auf unseren fahrzeugliste machen geht erst neu dabei der wird aber auch rote zahlen nicht mehr haben gleich schrott da ist der bus und der dort fährt der fährt jetzt zum markt naja genau der macht minus noch hier wächst nix wächst was in döbeln ich gehe auch von aus dass da nix wäckt genau das einzigste was weg ist da oben die stadt adenau ja da ist sogar einer mehr dazu kommen hier ist eine kirche gekommen ja dann müssen wir gucken wo unsere bus haltestelle ist das war jetzt verkehrt wollte ich gar nicht wollte hier v gucken das bedeutet dass hier oben irgendwo eine bus haltestelle hin muss da müssen wir noch eine straße bauen 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 das würde bedeuten hier muss die straße eigentlich hin also hier musste die bus haltestelle dann sein geht auch so ne dann nimmt er die alle auf und wo muss da hin natürlich auf die schräge sind wir dann mal gerade auch machen da geht nicht hoch super wegen der straße da unten dann bedeutet dass wir müssen sowas machen glaube das war verkehrt das war richtig jetzt lass es so egal das war noch nicht mal an der richtigen stelle das hätte dahin gemusst so ist es richtig ne wird jetzt einfach diese ecke und dann geht abzusenken ne jetzt geht es nicht mehr absenken das wäre dann jetzt so machen sieht komisch aus jetzt aber ist egal so dahin und dort eine bus haltestelle gebaut so jetzt ist die frage ob wir da innerorts was machen dieser bus kann auch innerorts war dann aber den fahrplan das machen wir hier bus verkehr ist der ja linie ändern das ist annau ostdeutsches rathaus das wäre hier das heißt da einfügen oder davor ja das passt und dann dahin und dann geht es weiter so da sollte jetzt für den bus die richtige strecke sein der ist aber woanders unterwegs geflügelhof kommt aber hier gleich hin ach der fährt dahin zum geflügelhof ja ist dann so dann bedient dann die nur einmal na also schnell noch mal reingucken dann kommt er eigentlich dahin müssten wir da noch mal einfügen machen da 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 fertig 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 jetzt die frage ob er das noch hinkriegt fragt er die linie ab oder fragte sie nicht ab er fragt sie ab keiner drinnen fährt jetzt noch da oben steigt keiner rein das war jetzt die bushaltestelle von hier und hier vielleicht auch noch von dem weiß ich nicht es war nur da bis dahin keine eingestiegen kostet ein bisschen mehr jetzt müssen wir aber irgendwo wegen dem wachstum auch machen gut jetzt kommen aber zwei die wollen schon mal in der hauptstadt und in der hauptstadt in die in die stadt direkt rein und auch einer sogar weiter zur klosterbrauerei so und jetzt kommen noch ein paar dazu wunderbar so sollte da schon mal wieder werden der andere muss macht richtig kohle der sind wir voll naja nicht ganz die straße dahinter war schon immer da hat sie nichts geändert da auch nicht und hier unten ist auch nichts mehr geworden okay da ist nichts gewachsen gehen wir mal gucken wo er um fährt mit frau die haltestellen eingezeichnet aber die maure jetzt wieder weg jetzt nicht dafür so da wird der stahlzug richtig gegen die macht er sich super schwarz zahlen wunderbar also wir haben jetzt bestimmt den einzug im dingens so dass das weg auch weg und das brauchen wir noch und das war das plastik siloware ist das im endeffekt aber was braucht man da pe granulat war das da ist er so er kriegt jetzt neuen fahrplan und zwar nehmen soll nach unten hin ich glaube nicht so fahren müsste ich hinkommen fast er wäre dahin stopp so was falsch gemacht den müssten wir von der redenburg muss weg das ist der aber warte mal das ist die ganze linie ich glaube wir müssen den einmal rausnehmen und dann wieder reinnehmen dann kriegt er noch die wollte ich gar nicht kaufen jetzt müssen wir die erst verkaufen anhängen wir richtig glaube na jetzt ist einer zu viel geworden oder lass es so so fahrplan von dort nach da oben und der kriegt eine neue linie und das ist granulat nehmen wir die einfach nur gut hat er jetzt nicht gekriegt ist auch wieder klar so jetzt ist aber wahrscheinlich richtig starten fertig die eisgranulat das passt dann fährt so ich würde sagen wir verfolgen wir mal gerade und machen schneller die frage wie viel granulat der da noch braucht nicht so viel also steht er da gleich das wird dann schwierig ja das ist nur zehn prozent das heißt wir müssen für den zug den hier wo ist denn der jetzt der fährt schon zurück aber leer der muss dahinten ein gleis kriegen wo der auf voll wartet so sieht es aus das bedeutet da müssen wir irgendwie noch oder wo machen drei vier fünf machen wir so dann bahnsteig dahin machen wir sechs und das passt ja schon dann muss ich da rein und da nähe da nicht da rein wo ist die granulat geschichte da oben linie ändern hier hin und das muss 100 prozent sein und das müssen wir löschen so und dann müssen wir den zug noch rein in den zug noch rein shit der ist recht offen dann fahrplan einmal raus fahren der sollte eigentlich in seinen teil da dann fahren ne machen wir grad schneller da kommt noch einer jetzt fährt er und jetzt nochmal ein fahrplan dann dahin und dann sollte es passen so der ist sogar zu kurz wie man sieht bahnsteig ist riesenlang ok passt oder der wartet da bis voll ist und dann fährt er erst los ich will hoffen dass auch immer schön da rein fällt ändert sich ab dem tag wo wir dann ein signal hinstellen dann gut wie sieht es aus mit finanzieller hinsicht 45 590 alles gut läuft Reserve haben wir genug Stahlwerk fehlt Stahl P.U. hat er oder P.E. warum kommt kein Stahl Moller da ist er 105 der hat genug wird hier Stahl produziert fehlt es an Kohle am Bahnhof liegen aber noch 420 Tonnen das ist also gut und hier 299 Tonnen Stahl auch genug würde ja schon fast bedeuten dass hier noch ein zweiter Zug hin müsste müssen wir schauen wie wir das dann machen aber ich würde sagen für die Folge soll das erst reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss bis dann bis dann die bis dann die bis dann ja Untertitelung des ZDF, 2020